Mit dieser Short kannst du nicht nur beim nächsten Zoolauf oder Running Event punkten, sondern auch in deinem ganz normalen Training etwas Abwechslung auf deine Laufstrecke bringen. Das besondere Highlight der Adidas Aktiv Marathon Short ist das leichte und lockere Tragegefühl. So bist du ganz unbeschwert unterwegs, egal wie hoch die Temperaturen sind. Das Climber Light leitet den Schweiß von der Haut weg. So bleibt das angenehme Tragegefühl auch bei intensiven Trainingseinheiten erhalten und der Stoff klebt nicht unangenehm auf der Haut. Der elastische Bund sorgt für einen guten Sitz und ist individuell einstellbar. Damit du deinen Schlüssel sicher aufbewahren kannst, findest du hier auch eine kleine Innentasche. Wie man sieht, kannst du die Short natürlich auch wunderbar kombinieren mit den passenden Textilien aus der gleichen Kollektion. Wenn du eine leichte Hose für dein Training oder den Wettkampf suchst, dann wirst du von der Adidas Aktiv Marathon Short begeistert sein. Und du bekommst sie natürlich über deine Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.